Hi, in diesem Video zeige ich euch den kompletten Prozess mal vom Vormodell zum fertigen CAD-Modell beziehungsweise bis zum fertigen physischen Modell. Das habe ich hier mal mitgebracht. Wir hatten zunächst einfach mal ein Vormodell erzeugt aus Kappaplatten und Klebstoff und das habe ich jetzt überführt in ein 3D-Modell, wobei die zwei Hälften ineinander verklickt werden können. Hier ist noch ein Anschluss und in dem Deckel ist Platz für den LED-Ring und die Touch-Sensoren, die man gegebenenfalls noch mit doppelseitigem Klebeband anbringen kann. Und der Träger vom Arduino ist in so Schraubdünnen auf die untere Platte geschraubt. Gut, in CAD sieht das Ganze dann so aus. Deckel, Ober- oder Gehäuse, Ober- und Unterseite. Das ist die Unterseite. Ihr seht, hier sind noch solche Klickhaken. Die werde ich jetzt im Folgenden nicht nochmal konstruieren, aber zumindest als Referenz könnt ihr euch die oder als Inspiration mal hernehmen. Dann wie angekündigt, hier ist die Oberseite des Deckels mit den ganzen Komponenten, die wir verbauen. Genau, so, wie dann der Ablauf ist, um da hinzukommen. Ich zeige das jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit das Video nicht zu lang wird, aber damit ihr zumindest nochmal den Prozess nachvollziehen könnt. Als allererstes lege ich eine neue Konstruktion an, die ich auch direkt speichere. Die nenne ich Baugruppe, jetzt in dem Fall einfach mal neu. Okay, und füge mir meine Komponenten ein. Zunächst das Board unten, dann den Arduino. Ich ziehe mir den einfach nochmal ein bisschen hoch und drehe den schon mal um. 90 Grad. So, und den Neo-Pixel-Ring. Zack. Und einen Touch-Sensor. Ich ziehe mir erstmal nur einen rein, weil ich mein Design ja beide symmetrisch zur Mitte angeordnet habe. Und dann kann ich den zweiten einfach spiegeln. So, jetzt als erstes gehe ich hier nochmal auf den Stift, um den individuell zu bearbeiten. Manchmal ist ja auch einfach nur ein Punkt, auf den man klicken kann. Dieses Bleistift-Symbol ist jetzt erst neu bei mir aufgetaucht. Auf jeden Fall, wenn ich hier in diesem Direktbearbeitungsmodus bin, wähle ich noch starre Gruppe aus. Und damit, wenn ich jetzt irgendwo auf das Objekt klicke und M drücke, oder beziehungsweise wenn ich einfach M drücke, um das Verschieben-Tool zu öffnen und Komponente auswähle und diese Komponente auswähle, dass ich die ganze Komponente verschiebe und nicht nur einzelne Objekte in dieser Komponente. Das gleiche mache ich auch noch mit dem Arduino Nano. Sage auch hier, soll eine starre Gruppe sein. Und mit dem Neo-Pixel-Ring. Beim Touch-Sensor tatsächlich ist das nicht notwendig, da der nur aus einem Körper besteht. Das sehen wir auch, wenn wir hier reingehen. Und der Körper ist nur aus einem Körper aufgebaut und nicht aus mehreren. Gut, so. Jetzt im ersten Schritt setze ich mal den Arduino in den Terminal Adapter oder Expansion Board. Gibt es verschiedene Namen dafür. So, jetzt ziehe ich mir den hier mal grob hin. So. Das sitzt eigentlich schon ganz gut. Gut, jetzt kann ich noch mit dem Tool ändern, ausrichten, sagen, dass diese Flanke mit dieser Flanke ausgerichtet sein soll. So. Ist das schon ganz in Ordnung. Und jetzt will ich nochmal, äh nein, nicht Körper, nochmal den Arduino aus und schiebe so weit runter, dass hier die, diese Flächen so aufeinander sitzen. Genau. Tatsächlich sehr viel genauer muss das jetzt gar nicht sein. Ähm. Ich schiebe den, die beiden Objekte, den Arduino, den Terminal Adapter und den Arduino noch ein wenig nach oben. Weil ja auf unserem, äh, hier in unserem Modell, hier sieht man ja auch, ja, jetzt ist ein bisschen schief alles. Aber, ähm, hier unten möchte ich meinen Koordinaten Ursprung haben. Das heißt, der Terminal Adapter in der Arduino hat etwas Luft oder etwas Abstand nach oben. Ähm. Aus dem Grund schiebe ich ihn einfach mal ein bisschen nach oben. Wie genau oder wie weit ich ihn da hoch schiebe, ist gerade auch gar nicht so wichtig. Weil ich ja noch diese Döhme rein modelliere, auf die er drauf geschraubt wird. Und damit kann ich den Abstand noch beliebig einstellen. Gut, ähm, und jetzt, ähm, im nächsten Schritt, hab ich, hab ich, ähm, einfach mal dieses Profil hier nachgemessen. Ich hab hier 55 Millimeter, 75 Millimeter in der Länge und hier 35 Millimeter. Und in der Breite 55 Millimeter. Und mit den Maßen hab ich meinen ersten Grundkörper angelegt. Also, das hier mach ich mal zu. Ich zeige eine Skizze in der Seitenansicht. Hier sage ich, ich möchte die Position erfassen. Ähm, und zeichne. Ich zeichne mir gerne eine, erst mal noch eine, eine Hilfslinie. Ähm, von der ausgehend ich dann meine Konstruktion anfange. Ich zeichne jetzt erst mal nur grob. So, und sage jetzt, dass ich hier eine Länge von 75 Millimetern haben möchte. Hier eine Höhe von 55, hier eine Höhe von 35. Dann möchte ich noch, dass, ähm, das mittig zum Koordinatensystem ausgerichtet ist. Deswegen sage ich, dass dieser Punkt einen Abstand von, ähm, 75 geteilt durch 2. Also, ähm, 37,5 Millimeter haben soll. Gut. So, das ist auch schon gar nicht so schlecht. Ähm, jetzt sehe ich nur, dass der, ähm, hier seht ihr meinen USB-Port. Der zeigt jetzt zu der Seite hier raus. Ähm, ich möchte den aber lieber nach hinten raus haben. An der niedrigeren Seite ist tendenziell vorne und an der höheren Seite ist hinten. Deswegen schnappe ich mir die beiden Objekte und drehe die mal um 180 Grad. Gucken, ob er das jetzt, ja, doch. Ne, so möchte ich das nicht, weil gerade ist der so schön mittig positioniert. Ich mache mir gerade einfach das Leben insofern leicht, indem ich jetzt einfach in der Skizze kurzerhand ende. Ja, ich sage hier 55 und hier 35. So. Okay, dann, ähm, kann ich diesen Körper schon extrudieren in zwei Richtungen zu jeweils 27,5 Millimeter. Ähm, und zwar hier auch nochmal. So, neuer Körper. Zack. Jetzt habe ich schon meinen, ähm, ersten Grundkörper, der jetzt natürlich noch innen drin massiv ist. Ähm, das heißt, wenn ich die Schnittanalyse durchführe und einmal durchfahre, sehen wir natürlich, dass das ein robust, ein, ja, solider Klotz ist. Ähm, beziehungsweise, wenn ich natürlich von oben drauf gucke, sieht man es ein bisschen besser. So, hier. Ja. Ähm, ähm, das ist aber erstmal okay. Ich möchte jetzt noch weiter die, ähm, meine Objekte ausrichten. Dafür mache ich jetzt weiter mit dem Neo Pixel. Ähm, dafür nutze ich jetzt zum ersten Mal eine Versatzebene. Und zwar möchte ich, ähm, dass der Neo, ähm, Pixel am Ende mit einem Abstand von 0,5 Millimeter von meiner Oberseite, ähm, von der Oberseite sitzt. Ähm, damit er eben durch das 3D gedruckte Material oder durch das 3D gedruckte, äh, die durch die 3D gedruckte Oberseite durchguckt. Oder durchleuchtet, gar nicht durchguckt, sondern durchleuchten kann. Ähm, und dafür benutze ich wieder das Ausrichten-Tool. Ich schnappe und sage, die Komponente, und zwar einer von diesen Flächen hier soll hieran ausgerichtet sein. Jetzt ist er erstmal verschwunden. Wo ist er? Ähm, ich blende meine Körper aus. Hier. Hier ist mein Neo Pixel Ring. Ähm, sag okay. Jetzt möchte ich aber noch ihn weiter nach vorne verschieben. Ähm, ich drücke M, wähle Komponente aus, wähle meinen Neo Pixel aus. Und jetzt seht ihr auch gerade, dadurch, dass er das ganze Objekt gedreht wurde, liegt unser Koordinaten-System auch schön in Richtung, ähm, unserer Konstruktionsebene, weswegen ich ihn jetzt relativ leicht positionieren kann entlang dieser Konstruktionsebene. Wenn ich mir auch den Körper nochmal einblende, bekomme ich so ein Gefühl dafür, wo er in Relation, ähm, zu meinem Gehäuse sitzt. So sieht das gut aus. Damit bin ich zufrieden. Okay, dann machen wir weiter mit dem Touch-Sensor, da im Prinzip genau das Gleiche. Ich wähle Wende ändern, ausrichten, ähm, wähle hier die Oberseite des Touch-Sensors aus. Das, äh, davon müsst ihr euch nicht irritieren lassen, dass jetzt hier nochmal so ein Steg oben dran ist. Das entspricht nicht 100% der, ähm, dem echten Touch-Sensor, da ist nicht so eine Rille oben dran. Aber, ähm, das ist okay, wenn wir ein Modell modellieren, im echten, ähm, am physischen Objekt, wenn wir sowieso ihn da mit doppelseitigem Klebeband, oder beide mit doppelseitigem Klebeband einbringen. Aber für jetzt gerade ist das vollkommen in Ordnung. So, auch hier bewege ich diese Komponente weiter nach unten. So, denk natürlich dran auch an die Kabelführung, dass ihr, wenn ihr dann am echten Objekt, wenn ihr die Kabel verlegt, hier kommen die Kabel unten raus, dass es auch noch ein bisschen Platz ist, um sie auch tatsächlich, ähm, an dem Neo-Pixel-Ring vorbeizulegen. Und natürlich auch, wie ihr jetzt hier seht, dass das Objekt trotzdem auch noch im Bauraum bleibt. So, dann blende ich den Körper nochmal aus. Damit bin ich jetzt irgendwie ganz happy. Ähm, wähle erstellen, spiegeln, Position wieder erfassen, Komponente, wähle, wähle meine, ähm, den Touch-Sensor, wähle die mittlere Ebene, die mittlere Ebene zum Spiegeln. Ja, Spiegellabel auswählen. Zack, einmal rüber, drücke auf OK. Fertig. So. Jetzt haben wir eigentlich schon tatsächlich einen großen Teil, ähm, der Arbeit erledigt. Ähm, jetzt kann ich schon ans Verrunden, ähm, meines, meines Grundkörpers gehen. Und dann daraus eine Schale erzeugen. Das heißt, als erstes, wie wir es in einem vorigen Tutorial schon gesehen haben, verrunde ich, äh, mein Objekt, fange mit den größeren Radien an. Zack. Lass da noch einen kleineren Radius oben drüber laufen. Den habe ich jetzt für 2 mm gewählt. Und erzeuge eine Schale. Die ist an der Unterseite offen. Die soll jetzt mal 1,5 mm Wandstärke haben. Okay. So, jetzt sind wir schon ein gutes Stück weit gekommen. Ähm, schauen wir mal da rein. So. Ähm, jetzt natürlich müssen wir uns noch was überlegen für die, äh, Komponenten, die oben, dass man die auch beim Zusammenbau richtig positionieren kann. Ähm, und dafür machen wir einfach, ähm, erzeugen wir einfach Formen, beziehungsweise, ähm, für den Neopixel einen Ring, einen Steg, der hoch, kann ich auch schnell nochmal zeigen, einen Ring, der hoch extrudiert wird, genau das gleiche auch für den, für die, ähm, Touchsensoren. Und, das habe ich jetzt an dem Modell hier noch nicht gemacht, ähm, machen wir gleichzeitig auch noch eine Vertiefung in den, in die Oberseite des Gehäuses rein, damit der, das muss ich wieder auf den anderen Bildschirm, damit der, die LEDs wirklich auch nur mit einem Abstand von 0,5 mm etwa, ähm, zur Oberseite des Gehäuses stehen, damit auch genug Licht, äh, Licht durchkommt, damit es, ja, gut aussieht. Okay. Ähm, ähm, So. Die Schnittanalyse blende ich jetzt, äh, wieder aus. Ist auch ein, hier am Objectliste aufgeführt, damit kann ich diese Schnittdarstellung wieder ein- und ausfügen, äh, ein- und ausfügen. Ein- und ausfügen. Ähm, genau. Mein Körper blende ich auch aus, erzeuge eine neue Skizze auf dieser, äh, Konstruktionsebene, blende mir der Übersichtshalber auch mal den Arduino mit seinem Board aus. Jetzt hole ich mir einfach meine, ähm, die, die Umrisse von meinen Objekten, dazu gehören jetzt mal der Touchsensor, zack, und der, ähm, und der Neo-Pixel-Ring. So. Und jetzt habe ich hier schön in meiner Konstruktionsebene, die, ähm, auch schon, die eben parallel zu der Oberseite unseres, ähm, Bauteils liegt, die Umrisse meiner Objekte, von denen ich mir jetzt Offsets erzeugen kann. Offsets, kann man auch hier über erstellen, ähm, Versatz, wo ist es? Ich benutze immer den, äh, die Taste O, dann kann man es direkt aufrufen, ähm, benutze einfach O und erzeuge mir von meinem, von meinem Neo-Pixel eine Umrandung im Abstand von 0,1 Millimeter, ähm, da muss man immer ein bisschen rumprobieren, also da treffen zwei, also ich habe jetzt einen kleinen Abstand gewählt, äh, in den man dann, äh, den Neo-Pixel rein drücken kann, oder den Leuchtring rein drücken kann. Das ist auch immer ein bisschen rumprobieren, weil diese Teile nicht zu 100% immer genau gleich hergestellt sind. das heißt, mitunter, vielleicht müsst ihr auch da nochmal, ähm, den Druck anpassen, beziehungsweise, äh, nochmal die Werte anpassen, den, den Offset und beim erneuten Durchlauf, äh, passenden Teile zusammen. Aber gut, auf jeden Fall ist das dann der innere Radius, äh, der innere Durchmesser von dem Steg, den ich erzeugen möchte und davon, ähm, jetzt erzeuge ich noch einen äußeren, nämlich einen weiteren Offset von, jetzt brauchen wir mal 1,1 Millimeter, erzeuge und diesen Rand hier möchte ich dann im nächsten Schritt extrudieren, ähm, dadurch, dass wir an einer Stelle aber auch noch die Kabel rausführen müssen, genau hier, da kommen ja die Kabel raus aus dem, ähm, aus dem Leuchtring, brauchen wir noch einen Ausbruch, den ich einfach mit einem Rechteck modelliere, so, oh, jetzt bin ich schon aus der Skizze rausgegangen, so schnell wollte ich das nicht, ich gehe noch mal rein in die Skizze, bemaße das hier noch mit, ähm, 9 Millimeter, dass auf jeden Fall genug Platz da ist, und jetzt kann ich meine Körper nochmal einblenden und gehe einfach hin und extrudiere von meiner Skizze, das ist manchmal ein bisschen fiddlig, äh, tatsächlich dann dahin zu kommen, was man auswählen möchte, ich blende einfach nochmal den Körper aus, wähle jetzt hier diesen äußeren Rand aus, genau, den hier, blende meinen Körper wieder ein und sage, den möchte ich 1 Millimeter nicht ausschneiden, sondern, ähm, extrudieren, beziehungsweise verbinden und wir können sogar auch ein bisschen mehr sagen, 1,5, zack, können sogar noch mehr sagen, ähm, sagen wir einfach mal 2, da müssen wir nicht sparen, gut, und gleichzeitig gehen wir auch noch, ähm, in die andere Richtung, äh, beziehungsweise müssen wir ja noch den Bereich freiräumen, damit wir auch, ähm, 0,5 Millimeter Abstand zwischen, wenn ich hier kurz mal die Bereiche aufmache, äh, den Schnittdarstellung nochmal aufmache, ähm, hier müssen wir auch noch in das, ähm, unsere bestehende Geometrie reinprägen, das mache ich, indem ich mir die Skizze hier nochmal einblende und den inneren Bereich noch um, ähm, ich glaube, das müsste ein Millimeter sein, minus 1, genau, in die Richtung Auspräge, so, jetzt sitzt hier unser, ah, ich sehe gerade, da stößt er an, woran liegt das, ähm, hier hat er den, beim Auswählen hat er den Steg hier in diesem Bereich nicht mit ausgewählt, den schneide ich mit aus, so, jetzt haben wir zu Genüge freigeräumt, hier den Steg können wir noch ein bisschen höher ziehen, damit auch hier eine höhere Schulter entsteht, damit der, ähm, Ring sich auch verklemmen kann, sagen wir einfach minus 4 oder minus 3, so, okay, ähm, im Prinzip, Entschuldigung, im Prinzip genauso, ähm, macht ihr das auch mit dem, mit den Touchsensoren, oder könnt ihr das mit den Touchsensoren machen, das überspringe ich jetzt mal und zeige noch, wie man mit dem, ähm, mit der Konstruktion des Deckels oder des Bodendeckels, ähm, vorgehen kann, dafür fangen wir wieder an mit einer neuen Skizze, mit P gehen wir wieder in das Projizieren-Tool und projizieren uns den, ähm, die Geometrie des, äh, ja, unseres oberen Deckels, oder der Schale des oberen Deckels, und jetzt, ähm, mache ich mir das Leben insofern leicht, indem ich einfach hingehe und unten eine Extrusion durchführe, sage, es soll ein neuer Körper werden, minus ein Millimeter, minus ein Millimeter, ein neuer Körper, zack, blende mir mal den oberen Teil des Deckels aus, und erzeuge eine weitere Skizze, in der ich mir nochmal die, ähm, ne, das machen wir anders, ich lösche diese Skizze nochmal und gehe in diese Skizze nochmal rein und erzeuge mir noch ein Offset von der inneren Kontur, wieder um 0,1 Millimeter und extrudiere den Teil noch um 0,5 oder auch einfach einen Millimeter nach innen rein, bleibt auch verbinden, so und jetzt habe ich schon einen oberen Körper beziehungsweise den Oberteil und meinen Unterteil, ich habe hier jetzt ein kleines bisschen gemogelt, dass jetzt mein Boden einen Millimeter weiter nach unten steht und damit jetzt das Höhenmaß einen Millimeter größer geworden ist, aber das ist jetzt legitim, da wir hier nicht zu 100% maßhaltig arbeiten müssen, sondern da recht frei arbeiten können, aber im Prinzip habt ihr jetzt eigentlich alle Tools mal gesehen, die ihr benötigt, um so ein Gehäuse zu entwickeln, natürlich denkt noch daran, dass es hier einen Ausbruch braucht, um dann von hier die Stromzufuhr reinlegen zu können und eine Sache zeige ich euch noch, ihr seht ja hier unten, dass diese Bohrungen vorgesehen sind, von dem Arduino, die könnt ihr euch auch wieder auf eine Skizze auf die Unterseite projizieren, so und so und mit Hilfe dieser Skizze können, ich gehe da nochmal rein, können wir uns diese Döme erzeugen, ich sage jetzt auch schon mal direkt dazu, da werden wir auch das Problem haben oder da wird es immer wieder das Problem geben, dass diese Bohrungen aus dem CAD-Modell nicht immer zu 100% übereinstimmen mit dem Arduino, den ihr vor euch haben werdet oder dem Terminal baut, weil da einfach herstellungsbedingt immer Abweichungen sind, aber, so habe ich das auch in diesem Fall hier gemacht, ich habe tatsächlich nur eine der beiden Bohrungen benutzt, um dann mit einer M-Schraube den Arduino festzuschrauben und trotzdem hält er immer noch ausreichend gut und ja, der Abstand ist trotzdem bei beiden gleich, wodurch der Arduino einfach gut positioniert ist. Genau, ein Tipp noch am Ende, wenn ihr die Extrusion, wenn ihr für so einen Dom eine Extrusion wählt, beziehungsweise es gibt vorneweg noch einen anderen Tipp, diese Bohrung ist jetzt natürlich dieser Kreis genauso groß wie das Durchgangsloch am Terminal baut, das sollten wir noch etwas kleiner machen, damit wir gegebenenfalls eine Schraube durchstecken können, die unten auch noch auf Material trifft, indem sie sich verkanten, beziehungsweise dass sie reinschneiden kann. Ich habe es in meinem Fall sogar so gemacht, dass ich eine M3 Schraube verwendet habe und noch ein kleines Gewinde reingeschnitten in den Kunststoff, das heißt, ich habe ein Kernloch angelegt von 2,4 Millimeter, das ich danach dann auch mit einem Gewindeschneider bearbeitet habe. Das geht aber auch leichter, man kann sogar auch eine Holzschraube einfach nehmen oder vielleicht habt ihr Kunststoff Schrauben oder ähnliches. In jedem Fall der zweite Tipp, den ich am Ende noch geben möchte, ist wir können, wenn wir ins Extrusionstool gehen und uns unsere Geometrie auswählen, hier sagen unter Grenztyp, dass wir bis zu einem Objekt extrudieren möchten, in dem Fall unser Arduino Terminalboard, drücke einfach auf OK und jetzt jetzt habe ich an meinem Körper einen entsprechenden Schraubdom. Genau, so, das soweit alles an Hinweisen, Tipps, um mal zu sehen, wie ihr zu so einem Modell kommt und an der Stelle möchte ich auch noch verweisen auf ein anderes Video, wie man jetzt diese Körper soweit exportiert über als Netz speichern, um sie dann 3D zu drucken. Da haben wir ein Video angefertigt für den Prusa Slicer, falls ihr den auch verwendet oder verwenden werdet, schaut da gerne noch rein. Ansonsten macht's gut.